Es wird eine neue Anzahl, in einer neuen Welt. Und die Bezahlung ist gut. Sogar sehr gut. Ich bin Marine geworden wegen der Herausforderung. Ich dachte, ich kann jede Prüfung bestehen, die ein Mensch nur bestehen kann. Alles, was ich je wollte, war etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora, Ladies and Gentlemen. Inseit des Tauns will alles, was dort im Schlamm freucht, fleucht oder kauert, sie umbringen und ihre Augen fressen als seine entgefüllte Praline. Ein Aufklärungsmarin in einem Avatar-Körper ist eine Kombination mit Potenzial. Dokken Sie mir, was ich brauche und Sie kriegen Ihre Beine zurück, wenn Sie wieder nach Hause kommen. Ihre richtigen Beine. Deshalb sind wir hier. Denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kilo. Ihr Dorf findet sich bei dem größten Vorkommen, also müssen Sie umgesiedelt werden. Diese Wegen gefährden unsere ganze Operation. Wir stehen am Rande eines Klobes und Sie sollen gefälligst eine diplomatische Lösung finden. Himmelsmenschen haben uns eine Botschaft gesandt, dass sie sich alles nehmen können, was sie wollen. Aber wir schicken Ihnen auch eine Botschaft. Wir kämpfen mit Pfeil und Bogen gegen Kampfhubschrauber. Dann machen wir lieber das Beste draus. Wir kämpfen mit Pfeil und Bogen gegen Kampfhubschrauber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pfeil und Bogen gegenarmark 말씀이